Ich möchte Ihnen einmal den nativen Beitritt in Cisco Webex Meetings von einem Cisco Webex Board Pro im MTR-Modus zeigen. Dieses Webex Board ist gerade dual registriert, ist also praktisch im MTR-Modus, hängt also an der Microsoft-Welt, ist aber im Hintergrund parallel auch an die Cisco Webex-Welt angebunden und registriert. Und das gibt uns den Vorteil, dass wir sowohl nativ in Microsoft Teams Meetings mit vollem Funktionsumfang beitreten können, als auch in Cisco Webex Meetings mit dem vollen Cisco Funktionsumfang. Wir haben hier also die angesetzte Meetingliste, wie wir sie aus dem MTR-Modus kennen, und haben hier das angesetzte Webex Meeting. Dem können wir direkt beitreten. Wir erkennen also unsere Cisco-Oberfläche direkt wieder aus dem RUMOS, haben also hier unten unsere Cisco-Navigationsleiste, haben hier unsere Eigenansicht, können also hier uns stumm schalten und die Lautstärke-Einstellungen vornehmen. Wir können unser eigenes Video beenden und auch starten natürlich. Wir haben die Möglichkeit hier ganz normal eine Freigabe zu starten. Wir können das Ganze wireless machen über die Webex-App oder hier über den Webex-Share, über die URL. Wenn sich zum Beispiel jemand in einem Gastnetz befindet und keinen direkten Zugriff auf das Gerät hat, netzwecktechnisch, kann man über das Internet sozusagen direkt hier reinshaaren. Wir können das Ganze aber auch kabelgebunden machen über HDMI, über USB-C. Das ist alles supported. Wir können entsprechend Reaktionen, also praktisch Emojis in das Meeting reinsenden. Wir können die Hand heben, um auf uns aufmerksam zu machen. Sofern die Berechtigung ist zulassen, können wir eben auch hier die Aufnahme starten, ein Webex-Recording starten, haben hier auch noch unter mehr ein paar mehr Funktionen. Wir können die Konferenz sperren, entsperren. Wir haben das Tastenfeld, sollten wir noch eine Rufnummer wählen wollen und das Gerät fähig ist, Rufnummern zu wählen. Wir können hier unser Layout verändern, den Untertitel aktivieren, deaktivieren und wir haben hier rechts unsere Teilnehmerliste. Wir sehen, wer ist eingeladen, wer ist vielleicht noch nicht dem Medium beigetreten, wer ist bereits in dieser Konferenz. Wir können die Teilnehmer stumm schalten, alle gleichzeitig oder vereinzelt. Diese Funktionalitäten haben wir und wir können hier auch noch weitere Einstellungen vornehmen, dass vielleicht keine Reaktionen gewünscht sind oder dass jemand sich auch nicht von selbst wieder entstummen kann. Und wir haben natürlich weiterhin unser natives Slide-Out-Menü, um eben Kameraeinstellungen vornehmen zu können, um eben auch Mikrofoneinstellungen vornehmen zu können und das Noise-Remove von Cisco nativ zu nutzen und zu aktivieren. Also praktisch alles, wie wir es aus einem nativen WebEx-Meeting heraus kennen. derzeit, die marschþieinstellung vornehmen zu müssen. Untertitelung des ZDF, 2020